Lektion 100, mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Ihr seid gesegnete Wesen in der Tat und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und es scheint arrogant, nicht wahr, zu denken, dass du einen Teil in Gottes Plan zur Erlösung hast. Aber wer anderes könnte denn genutzt werden in eurer Bruder- und Schwesternschaft, von euren Brüdern und Schwestern, hier auf eurem Erdenplan, um sie aufzuwecken und ihnen zu helfen, zu sehen, dass Leiden und Opfer nicht erforderlich ist. Ihr seid in eurer Gesellschaft alle trainiert worden, still zu sein und eure Vorstellungen ruhig zu stellen und dass ihr nicht zuhört, wenn ihr Führung erfahrt, von dem, was so aussieht wie ein anderes Bewusstsein. Ihr schließt alle Türen, um euch zu helfen, aufzuwachen. Also wir verwenden eure Brüder und Schwestern und solche wie sie hier, sie ist ein gutes Beispiel, um euch zu helfen, aufzuwachen und zu helfen, euch zu führen, zu der Bedeutung, die euch gegeben wurde. Für den Frieden. Und jeder Einzelne von euch, wenn ihr erwacht, ihr werdet erwachen zu euren speziellen Talenten und Gaben. Und das setzt euch nicht über eure Brüder und Schwestern. Und sie steht nicht über euch, weil sie es erreicht hat, dass sie diese Übertragung in ihrem Bewusstsein zu euch bringen kann. Sie steht nicht über euch und das weiß sie. Sie ist ein ganz normaler Mensch, genau wie ihr. Und jeder von euch bekommt Zugang zu zunehmend wunderschönen Gedanken und Ideen, Inspirationen und auch Talenten, die beginnen, ihnen selbst bekannt zu werden. Sie sind nicht für eure Machterweiterung. Sie sind dafür da, für euch, um euch daran zu erfreuen und um es zu praktizieren. Sie sind für euch, dass ihr Meister darin werdet, in eurer eigenen Art und Weise. Und in dieser Meisterschaft, in eurer bescheidenen Ausführung, werdet ihr ein leuchtendes Licht für andere sein. Vielleicht beginnt ihr, ein Instrument zu spielen, das ihr schon immer spielen wolltet, aber ihr habt euch dem nie gewidmet. Ihr habt euch nicht selbst erlaubt zu spielen. Und vielleicht in ein paar Jahren, wenn du gut genug geworden bist, beginnst du, Unterricht zu geben für Kinder und wirst sie inspirieren. Und du inspirierst sie, Musik zu spielen oder vielleicht spielst du in einem Orchester. Vielleicht wirst du inspiriert, auf der Straße zu spielen und dort dein Talent zu teilen. Und vielleicht bist es sogar nur du und dein Instrument allein. Und dann kommen Worte, Worte, die so aussehen, als brauchen sie Musik. Und so beginnst du, Lieder zu schreiben. So ist die Art und Weise, wie es sich entfaltet. Es ist nicht an euch zu entscheiden, welchen Weg ihr mit eurem Talent geht. Du wirst den ganzen Weg lang geführt sein, sodass du nicht vergiftet wirst mit Ruhm. Und dass es nicht nötig sein muss, dass andere dich bewundern. Denn das ist nicht das, wofür es da ist. Jeder von euch wird geführt, das zu tun, was eure Bestimmung ist. Und einige werden vielleicht sehr in der Öffentlichkeit sein. Und einige werden komplett privat sein. Und jeder von euch wurde ausgewählt für seine Bestimmung. Ihr wurdet ausgewählt, dafür von euch selbst, in Zusammenarbeit mit euren Führern und Lehrern, bevor ihr in diese Inkarnation kamt. Ihr habt entschieden, was ihr anbieten werdet für diesen Prozess des Erwachens. Und es sind alles bedeutende Dinge. Die Gärtner und die Bauern, die niemand im Fernsehen sieht. Oder hier auf YouTube, wo wir jetzt gerade sind. Die Menschen bringen eure Nahrung zum Wachsen und sie versorgen euch mit gesunden und ganzheitlichen Nahrungsmitteln und Essen. Sind sie nicht so viel wert wie die berühmten? Sicher nicht. Und das ist etwas, was ihr reflektieren solltet. Eure Gesellschaft hat viele Geister vergiftet mit der Idee von Ruhm und Erfolg. Als Erfolg. Und mit Reichtum als Erfolg. Und wir möchten, dass ihr neu überdenkt, was eure Idee von Erfolg ist. Ein Leben zu leben und zu tun, was ihr liebt, in Frieden und Freude. Ein Leben mit eurer Familie und euren Freunden. Und gelegentlich in Stolpern, würdet ihr vielleicht sagen? Das ist eine wundervolle Sache. Und wenn ihr älter werdet. Wenn ihr müde werdet, die Spiele des Egos zu spielen. Wenn ihr müde werdet, den Idolen hinterher zu jagen, nachdem ihr die ganzen Jahre gejagt habt. Dann werdet ihr beginnen zu sehen, dass ein ruhiges und friedvolles Leben zu führen, jeden Tag, eine wundervolle Erfahrung ist. Und wir möchten euch danken, dass ihr für 100 Tage in diesem herausfordernden Trainingsprogramm geblieben seid. Wirklich gut gemacht an alle von euch. Und ihr, die ihr so weit gekommen seid, fühlt alle die Veränderungen in euren Herzen und in eurem Geist. Und ihr wisst, dass etwas Großes in euch vor sich geht. Gebt nicht auf, verliert nicht die Hoffnung und seid nicht überwältigt. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und ihr erspart euch selbst Jahre und Jahre und Jahre des Kampfes. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt und wir sprechen morgen wieder zu euch.